Es ist und bleibt Schmutz. So, jetzt bin ich live. Easy. Ich brauche eine Aufbindung. Nächste Woche bin ich viel am zocken. Man muss die 1000 feiern. Ah, Mann. Und gucken, wie weit man im W-Level kann, wenn die Open Beta kommt. Ja. Ich brauche eine Aufbindung. Ich brauche eine Aufbindung. Ich brauche eine Aufbindung. Ach, die K-98 hat Lena da jetzt drinnen. Oh. Wie ist das noch schnell gewechselt? Was? Hm, 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 hm. Na ja. Genug Gehüben. Jetzt beginnt der richtige Kampf. Dann eine Anwaltklasse nehmen. Ja. Nachmittag erstmal zu den Eltern gehen. Ja, ich hatte es nicht. Ja. Oh, oh, oh. Hm. Hm. Wow. Wow. Okay. Ich meine, es hat jetzt nur noch ein paar Leute getötet. Die werden sich heute ärgern drüber, als ob sie früher auf sie gestern gesetzt. Sehr. Die können den Ding wieder ausmachen. Ja. Ausmachen, hinlegen, weiter pinnen. Ah, diese Waffe noch mal, das ist aber auch schon införm. Hm. Hm. Morgen sogar. , . . . . . . . . simon fabian was schon prestige level 55 oder was war das gerade ich ja das steht ja manchmal das level spinn 835 nur ja im ackern er will doch nicht mehr mich schon gewundert aber ich wundere mich ja immer also nix neues ist verwunderlich da kann es zu wundern sich Hallöchen Meli-Lein Moin Sven Nee Sven Hohmann Ich warte auf Ehren Sven Wer spielt Wohin auf Caldera noch? Ich weiß nicht ob er mit seinem Team spielt Hey ne Ahnung Das geht Alter ich hab mal durchgeguckt Ich brauch im Prinzip nur noch ein anderes AM4 Board und schon kann ich einen zweiten Rechner auf AM4 umbauen Alter Was ich schon wieder hier zu liegen haue Das ist sagenhaft Also quasi könnte ich dann schon wieder einen dritten Rechner aufmachen hier Aha Das steht mir bald bevor Alter geil Der Große soll ja irgendwann ein anderes Board drauf bekommen Da bin ich ja dann am gucken X570 direkt mit Wasserkülle Da ich ja den Eisbär komplett auf Custom umbauen kann Ich brauche ja keinen Radiator auf dem Board Das ist ja wirklich gar nicht Vielleicht hab ich auch schon dran Ich weiß egal ob es zu schwarz sind oder nicht Ich kann sie direkt dann da drauf anschließen Moin Sven Rico, was geht heute? Moin Herr Rico Alright Boa Gitarren Go 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 Der Fall sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Moin Ari, what's protein? Was geht? Was geht? Moin Ari. Freut mich, wie ich dich war. Und dann ein paar Tage frei. Das ist schön. Ja, erstmal die Beste oben haben. Du musst sagen. Du solltest generell sein. Du gehst zwei Tage arbeiten, für das gleiche Gehalt, fertig aus, Rest frei. Safe, safe. Oh, das wäre so geil. So, mal gucken wie weit ich heute komme, ohne dass das Spiel abspielt. Gestern Level 5 gekommen bei Gold War. Ultra geile Waffen bei gehabt, war im Prinzip schon fast max alles. Ich hab ja schon die Alien. Alien Gun? Ja. Boah, jetzt komm ich jetzt hin. Der Sturmgewehr. Ja, ja. Alter. Und dann schmiert er Scheiss vor. Ja, ich hasse es. Boah, das war so ekelhaft. Noch schlimmer war es aber bei Wengard am Anfang. Ja. Ist irgendwie Runde 60, nicht Runde 60 oder so gekommen. Warum ja fast das Scheiss Spiel ab. Hm. Keine Bonus-EP zum Beenden. Ja. Wichtig. Oh, ich hab mal wieder Level 129. Wow, ich bin mal wieder über 100. Ich auch diese Season. Ich bin mir auch verwundert. Ja. Hier nochmal über 100 gehen. Hm. Ja. Ja. Ist ja im Allfall das Gefechts passiert im Stück. Nein. Na komm. Wo war denn? Regner. Wenn ihr schon pushen wollt, dann push. Aber pusht euch nicht in die Hose. Ja. Unsegale. Oh. Die Armen. in eine Aussagefrage. In der.' ắern wir die Abarm zu insten. Und wo ist sieOU und dafür ermitteln? Okay, nicht aber um ein. Suche beendet. Rückkehr zur Basis. Ach, ist hier schon Waffenstufe Max? Da ist er. Muss ich was anderes mitnehmen. Ich hab da gestern was freigeschaltet. Wo ist denn die? Da ist die UGR. Die UGR haben ja uns dann die gelevelt. Ja, ich hab sie gestern frei bekommen, hab ich gesehen. Durch Zufall, wo irgendwas mit nem Messer hab ich gemacht. Durch Zufall irgendwas freigeschaltet. Das ist ein Ziel für einen Luftschlag. Auch nicht. Ich guck da nicht nach, ich spiel einfach. Ich hab ja auch manchmal aus Versehen was freigeschaltet. Alter, so hast du die Schweizer frei, da hab ich mal geguckt. Ja, die Schweizer ist auch frei. Musst du dafür doch gar nichts machen, oder? Das ist ein Ziel für einen Luftschlag. Oh, keine Ahnung. Doch, keine Ahnung. Nein, Flak unterwegs. Feindlicher Herrschung. Für mich. Ich will einen Luftschlag, Kriisposition. F� schlager, kannst du. Krasse fahrer nachhaltig. Krasi. Verbrende Zauber. Verbrende Zauber. Verbrende Zauber. Ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Fass ein Schlauberg. Meinen hochertig. Krasi. Freisit sich aus. das ist ein ziel für einen luftschlag das geht auch weiter Da sind wir schon gegen den Augen. Och Mann. Oh, der landet da oben wieder. Easy. Ich habe eine tägliche Mission gemacht. Deswegen die drei Feinde mit Schaftes gewähren. Easy. So, jetzt im Turm. Ah, schade. Okay, da hinten die Kanzel. Das war ein Dugger-Jungs. nichts hier unten los es kommt die a** Der Bein sprengt über den Gefehl ab! Auf den hemmel ab. ach ja ich freue mich wie kleines kind die ich nicht mehr so Moin Frank Was du es? Moin Frank, was poppen? Heute ist der eine Tag Was du es kalt Ich habe es kalt, hä? Bei dem Hoodie da sitzt Wahrscheinlich Micha, der Hoodie ist schön Den trägt man nicht weil es kalt ist Sondern weil er schön ist Boah, jetzt habe ich gerade echt weil es mir kalt ist Echt? Ganz der Wut ist kalt Okay Naja, wir dürfen ja dieses Jahr nicht heizen, ne? Ja, deswegen bin ich der heiße Typ in der Wohnung Genau Alter, habe ich da jetzt ne Shotgun oder sieht die einfach bloß so aus? Ach, scheißegal Moin, das weiß ich doch nicht Achso Gibt's doch gar nicht Hm Der bewegt sich auch keinen Zentimeter Morgen 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 Ich bin auf der Runde Stab Ich bin auf der Runde EPP, das ist bei uns ein Verpackungstyp. Oh Gott sagen. Verpackt. Ja, das sind Styroporbehälter. Weiß gar nicht. Vielleicht ist das ein Kollege von dir, Jan. Glaube ich nicht. Bei mir aus ist die Lage, wenn du so EPP sagen würdest, die würden dich eh für dumm verkaufen. Was labert der denn da? Papakum heißt Papakum. Ja. So in der Art würden wir reden. Hm. Das ist ein Ziel für einen Luftschlag. Ich bin ein Luftschlag auf dieser Position. kenne ich nicht achso der der mich manchmal geradet hat mit denen darfst, gegen den habe ich nichts auch außen von mir kommt einer die gesundheitsrunde 22 kills, erste runde sehr schön das hört sich mal erstmal raufen an das hat er doch schon danke für die ganze Zeit, der mich hier ist und, ans Väter, auch ihm die geht das ab für dich ja man ich bin bereit, danke Ronald Ronald mit Donald oh, Aline habe ich auch gerade gesagt das denke ich immer wenn er reinschreibt ach das waren noch Zeiten da danke Frank du machst noch eben eine Runde mit Zeus Kampfer easy mach ich auch noch eine Runde ja wollte der Lutscher denn jetzt von mir ach einfach du bist dann zu viel geraucht hast du Nikotin da drinnen ja Sigi ja dann ist kein Wunder ich bin mal diese 20 oder 40 Milligramm ne ok weiß gar nicht das ist nicht gerade wenig wenn ich überlege so fertig nicht fertig selbstmische habe ich immer das habe ich nicht gemacht 6 mehr gar nichts rein gemacht ja mittlerweile bin ich auch bei gar nichts ja ja aber maximum wie gesagt war bei mir 6 Milligramm ja bei mir auch zu ganz harten Zeiten hat das auch geschmeckt ja ja mit einem mit einem Backe Dampfer kannst du ja locker mehr machen aber wenn du MTL hast na dann Gesundheit wenn du da mal als 6 hast ja 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 jetzt ist der Junge immer wieder Sonntag und die Erinnerung ja das morgen schon wieder Montag ist Entschuldigung Svenny es ist Moll Montag alter will man einfach nicht hören wir haben gestern 22 aus der Halle die wir haben morgen schon wieder Montag ja der hat noch depressiv bei dem Job ich sag's euch ne glaub ich ja ich erlebe da Sachen momentan wo wird man das nicht der ist mein bester Freund der der checkt das der checkt das ganz gut dem man da ist glaubt er mir auch ah ok ein der 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 ich habe mir einen Hackbord lassen. drauf freue ich mich. Lego, Lego, Lego. Wenn er zurückgefallen kann Lena zocken, dann gehe ich baden. Gib mir die Region, gib mir Pelt. Irgendwie spielen ganz viele von meiner Liste Roblox. Ist das wirklich so cool? Schon seit Wochen lang sehe ich immer bei 5-6 Leuten bei meiner Liste. Spielt Roblox. Da sind sie einfach süchtig. Alles wird aus Hack gemacht. Selbst die erste Freundin wurde aus Hack gemacht. Oh Mann. Voller Abschied matschig. Ganz schön matschig. Die alten. Ich will einen Luftschlag. Wenn Ihnen so eine gute Vorlage gibt, kann ich auch nichts gegen machen. Du sollst. Du sollst ja auch nicht. Du sollst ja auch nicht. Bleibt mehr für mich übrig gerade. Genau. Solange ich mein Lebensziel noch zu führen kann, werde ich immer rauchen. Ich will einen Luftschlag auf dieser Position. Eine Fernsehm... Fernfahrer muss hier her. Ja. Aber eins gewill ich sie nicht. Michael. Was gewillt? Ekelhaft von dir. Wenn ich dir das soll lieber schlafen. Ich will wieder. Jetzt werden die deshalb genau dein Thema hier. Thema hier. Da beginnt die Waffe. War nur Apfelkuchen aus der Mikrowelle. Hm. Ja, Mann. Aus der Mikrowelle wird sie schon falsch an. Erstmal nicht. Erstmal bin ich ja verabredet. Jetzt. So nachdem ich und er uns warm gespielt haben bestimmt. Und ich muss auch den Mama neu reiten. Ihr seid doch schon warm. Nee, ich bin ja noch Solo. Ihr warm Bruder hier. Hab mir noch keiner beigebracht wie man warm ist. Du bist doch selber warm Svenni. Also. Was willst du? Ich nicht. Ne kleis Kaltbich. Hm. 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 Glauben wir dir aufs Wort? Nicht. Ihr. Aha. Ihr Vöchel. Selber Vöchler. Wapfelkuchen benutzer. Genau. Ha. Hab ich dir gezeigt. Ja. Aber. Richtig. So ein Ding ist das nämlich. So ein Ding ist das nämlich. Oh, mir sind 34.000 Schürze gemacht. So viel bin ich eigentlich gar nicht gelaufen. Du bist Frau Lena weggelaufen wahrscheinlich. Gar nicht. Wir sind warm und brüderlich. Aber warme Brüder sind wir nicht. So sieht's aus Ralf. Er ist nur neidisch. Mit wahre Liebe gibt's nur unter Männern Ralf. Ja. Ich gönne euch das von ganzem Herzen. Macht was. Oh, ihr Popiker alter. Ekehaft. Haut ab. Welches Herz Svenni. Svenni war damals der Kapitän der Popopiraten. Nee. Niemals. Niemals. Du hast doch gerade gesagt. Du bist eiskalt Svenni. Dann kannst du doch gar kein Herz haben. Ja. Genau. Ist das schön. Warm ist man nur mit Herz. Ja. Du hast vom Herz gesprochen. Ja. Blöde Jungs. Ich bin gerade erst aufgestanden. Trink gleich Cola drauf. Ne. Natürlich. Ich brauche irgendwas mit Twitter. Hab ich gestern auf der Arbeit. Ja. 18. Wasser getrunken locker. Ja. Ne. 4. Hier. Ich hasse es langsam. Einmal war schon ein Stück auf der Arbeit. Ich darf nur noch was er trinken darf. Kein. 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 Was wäre wenn ich ein Herzschild noch halte. Das wäre kacke daarin. Das wäre sehr bias. Das hat ein id-defekt. Oups. Bitte laden Sie Ihre Batterie auf. Scheiße. Jetzt verreck' ich. Dann kann ich auch n äbigsten Rafe gehen von den Bewegungen her. 39 00. Teenage니까. Preiss tutto für mich. was hast du denn das ding aus dem mund gerade noch gesagt dass er kein warme bruder ist jetzt kommt die wahl wieder raus die runde ist wenn ich bestimmt einladen und dann schreibt noch mal ein jetzt hat er wenig das ding aus dem mund genommen jetzt versteht man ja was ich denke gerade übrigens aus der von euch geschickten tasse einhorn glitzer glück tasse ist gut mein soll die habe ich aus ich auch deswegen habe ich geschickt ich kann nicht trotzdem halten kurzer dmr dmr habe sie nicht dem er habe ich noch mitgenommen wenn ich mit euch allen immer vierer spiele bin ich der einzige dmr holt und manchmal von deiner eigenen das können kann man auch mal vorkommen das mache ich aber auch manchmal dann weiß ich mal irgendwas schief gelaufen ist bei mir ist so einiges schief gelaufen ich habe schon mit agga drüber gesprochen aber zurückschiebe ich nicht mehr sagt er nicht mehr zu reingehen ne bringt auch nichts zu groß und hoffen auf eine weiterentwicklung ja das hoffe ich bei so manchen menschen aber es geht das noch doch dann immer geht nicht mehr ich weiß wie immer thomas vor dem handy sitzt wenn er mich sieht ja ich weiß wie immer thomas vor dem handy sitzt wenn er mich sieht ja und dann schreibt er erst mal leckt das display ab ich will jetzt mal einen warmen apfelkuchen und thomas sucht gerade die verbindung zu dem warmen apfelkuchen weil er halt immer bei gekriegt meinst du ja wenn nicht ist das echt eine fehlbildung der ist doch viel zu alt nee so alt ist thomas glaube ich gar nicht knapp 50 waren hast du nicht 75 das wollte ich hat thomas eigentlich nie nach seinem alter gefragt du warst eigentlich glück sonst wärst du vor schreckt umgefallen 1 stimmen verzehrer das ist wenn die bild gehen oder wenn er mir sein alter sagt machen das nicht eigentlich frauen bleib weil wir haben meine waschen abgründen willst du mich jetzt hier diskriminiert aber immer ist kredit hier würde ich aber immer ganz bestimmt nicht das ist immer so ich glaube ich komme in den discord ne 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 bitte nicht nicht noch einer im discord mit dem ich gerade nicht spiele das ist zu viel für mich nicht gut ist das dann im discord schnauze halten das war nicht die besten 5 von 2 ok nur zukleben können wir machen dankeschön reiki er ist ja immer noch ein teil der unterwegs junge dann kennen wir die oh junge der thomas davon war gerade die rede von dem baum apfelkuchen lisa diese spring ist er gerade erst aufgestalten nirn oder der frage jetzt wenn ich gleich auch kann wenn der gleiche fans Bloomberg dann sleep auf ein das war mir so pressure darauf stehen es kann nur ein leben ja jetzt in drei tag haben glaube ich acht verschiedene sind sie geschrieben nicht mehr nicht wieder das weißen feld abgehertet ja sowas von bisschen weizen grau dortmund der weizen einzig war so das war vom anwesen mit der marco hat sich ein bisschen verändern wieder auferstehung ich muss mir eine richtige kippe rauchen ich glaube die dampf ist auch alle der halb hast du schon die batterie säule geraucht jetzt oder ja ich habe auch so eine einwegdampf von marcel gestern jeder war mitgenommen wunderschönen guten morgen morgen 11 wie spät haben wir denn überhaupt ich weiß nicht mal welcher wochentag war kurz vor zehn jahren auf elf habe ich bestimmt noch Platz da ich dir einfach ein oder schreibt einfach rein wenn du da bist und landest morgen ist morgen morgen ist morgen halt doch die freche haben wir gesund und alt werden wir wollten auch nicht so alt ich werde da ach was ich kenne auch andere hier war das frieren das geringste übel das einfrieren war schlimmer eingefroren hält sich länger ja 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 das einführen ist ja nicht so schlimm es geht ja schnell aber das auftauchen dauert mal so lange ist ich nicht ich habe noch nie vertreten hast du denn noch nie ausprobiert oder was ich habe nur so ein ganz kleines Giftdienfach die brauchen sie nicht da etwas rein zu schmeißen das das Bei mir im Gefrierfach ist immer Pizza, Chicken Nuggets, ja sowas, aber kein Lauch in so einem Scheiß. Bei uns sind da auch manchmal gesunde Sachen. Aber ich habe ja auch eine Lehne. Jeder braucht eine Lehne. Jo, jetzt ist er. Geht nicht mit und es geht nicht ohne. So siehts Klaus. Gehen wir jetzt über Zucker oder über Lehne? Na keine Ahnung. Das kannst du dir hinten dichten, wie du möchtest. Was? Hinten dichten? Ich wollte noch nicht dicht sein, Svenny. Ich bin ja kein Junkie. Dann müssen wir klarkommen heute. Ja, will ich ein Junkie? Ja, egal. Nein, jeder hat nicht zu. Versagen, ne? Alle außer ich. Haga, bring mir mal bitte ein Käffchen mit, danke. Ich nehme auch einen Kaffee. Ja, ich nehme Latte. Warte einfach. Genau. Benny mag mir ja Kim bringen, der hat mich nicht lieb. Bin ich traurig. Du wolltest kein D-Troy. Du wolltest kein D-Troy. Ne, der wollte ich nicht, aber Kaffee nehme ich gern. Ja, du hast das falsch verstanden, Sven. Du wolltest kein D-Toy. Aber wir haben das befürwortet, dass jeder Euro bis jünger neu auferleben lässt. Oh, und ich neu auferleben, was ich wüsste nicht, dass da überhaupt was gelebt hat. Wie willst du in dem Alter noch was aufleben lassen? Ja, jetzt kann ich dir auch nicht ganz beantworten. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wir hören nichts, Svenny. Das ist nur noch im Internet. Ach so. Das gab's ja damals mit CB-Funk noch nicht. Ist das Internet? Ja. Easy, lad ich sofort eins, Sven. Vielleicht wird Franky auch einladen. noch irgendein von den anderen Chaoten, der so einen Kaffee quatscht. Bis Mama da ist. Guck mal, hast du Bock ein bisschen Kacke bis 11 zu quatschen? Ja, du bist doch gar nicht da vermessen, ne? Aufgang bleibt abgelaufen. Erledige den nächsten. Wow. Den leg ich mich aber nicht an, du. Ich weiß nicht mal, von woher er auf mich snipet. Ich bin ein Luftschlag auf dieser Position. Ich bin ein Luftschlag auf dieser Position. Ihr Föhnik 3, Schlag unterwegs. Auch nicht schlimm, nicht schlimm Sven. Ich bin noch... ja du kleine dieses spiel wo haben die keine wenn du es mal so nimmt sind alle spiele kapazitäten hast was trage bedarf anbelangt bis du hast den rucksack das ist ja nicht davon abläuten das ist jetzt nicht das system ist ja ziemlich gut gemacht so macht man das jungen so snipe dann einen wenn man den kopf sieht der hat jetzt kopfschmerzen der hat ja gar keine nächste bitte jetzt schon weg und dann muss das laufen auf mich zu zielen du hundesohn du bist ein ja ich wusste was irgendwie weg ist gut die die sie verpeilt hat groß jetzt habe ich dann zu viel mitgenommen Augen auf beim Premier-Granaten-Kauf. Bisschen lange um Slogan zu werben, ja du warst beschlagnet Star, genau. Hat sich blamiert, dass du ins Werden bekommst? Ja, weil er den Star nicht schlagen konnte. Ja, er hat aus Versehen den Star geschlagen, er hat den stiller gegeben. Das ist er noch nicht verstanden. Aber der Star kam mit der Bratpfanne. Meli hat wohl gepitzt. Ja, das gibt's doch nicht. Ich springe ab und zu nur noch 5 Meter runter und ich sterbe sofort. Ich check das nicht. Irgendwas spinnt da bei dem Spiel. Definitiv. Müsst ihr lieber ausgeben. Ganz falsche Sache, was ich gemacht habe. Hast du erst an den Fehler gesehen, den Lena in der Killcam hatte? Die schöne Pixelfehler. 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 Hallo Franky. Hallo Ehrensven. Moin moin. 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 Ich such kurz Dreier und rauch schnell, ne? Jo. Mach mal schnell einen Dreier. Schnell einen Dreier. Also alles wie immer. Ja, genau. Svenny, du redest aus Erfahrung, oder? Zweites Jahr langweilig, ne? Ja, das kann jeder. Mit dem schnell. So schaut's aus. Es geht um den Dreier, nicht um schnell. Natürlich hast du gerade gesagt, es geht um schnell. Alle haben es gehört. Ich habe da auch aufgezeichnet. Das ist schön. Ja, gut. Wie ist das Wetter im Taunusgebirge? Regen, Regen, Regen. Ernsthaft? Ja. Oh, wir haben hier so ein paar Schleierwölkchen. Gehört aber zum Taunus irgendwo auch mit dazu, oder? Ja, Schnee wäre halt mal einfach wieder schön. Ja, hallo, wir haben Spätsommer. Wieso? Ab September geht's richtig los? Haben sie ja schon gesagt. In Bayern fällt schon schnell. Ja. Denn dieses Jahr wird nämlich nicht nur kalt in Sachen nicht heizen, sondern kalt in Sachen Wetter. Naja, dieses Jahr, wir wollen, dass alle Menschen erfrieren, deswegen sagen wir das. Richtig knacke kalt und nicht heizen. Du weißt ja auch, geboren hält sich länger. Ja, ja. Kalte Luft macht die Haut straff. Perfekt. Ja. Let's do it. Win mit Ansager. Der ist weiterhört, finde ich. Ja, ich habe vorhin auch schon. Ich hoffe, du hast eine Plattenpiste, boys. Nee. Oh, die Waffen schmeckt. Alles gut. Da muss ich die Kontrolle überwählen, da ist eh keine. Hinter uns auf dem Haus sind welcher. Ja. Das ist mal Lodi, die Recholen hier unten. Yes, sir. Hier ist noch eine Lodi-Kiste drin. Eiche, okay. Ja. Ach was, Toiger, diese Autos anzünden. Ich lasse einfach einen Rechner laufen, wird mal over. Aber wenn die Sperrstunde kommt, wenn sie dir den Strom abschalten. Dann kriegen sie noch einen Rechner mit. Das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nicht. Hier ist auch nochmal eine Lodi-Kiste. Boah, ich überlebe die ganze Zeit. Ich lasse sie noch geschlossen. Ich bin dem Erdgeschoss, dann wisst ihr, wo sie ist. Boomhouse. Alles. Wenn die Strom abschalten, dürfen sie bei mir nicht, weil ich mit Strom heize. Dadurch dürfen sie es nicht. Da können sie sich auf den Arsch setzen und heulen wie ein kleines Ding. Ist mir scheißegal. Wer habe ich? Noch einer. Ich muss mich zu zweit. Ich komme. Wir gehen raus. Easy. Wir sehen uns. Ich komme. Oh fuck it. Oh, von oben, von überall. Was ist der mit dem? Okay. Halt rein. Habe ich da einen? Einer noch über mir. Der Enki macht sich selbst. Nice. Ey, zieh mir meine Waffen zurück. Alter. Der Enki ist ab von Prison. Ja. Ja, ja. Wenn er da ist, habe ich ein Wurfmesser für ihn. Er ist da. Weg. Da aussehen eine kleine Bukkake-Party. Da rausgegeben. Das war ja noch. Irgendjemand hat mir meinen Namen gearbeitet. Ich weiß nicht. Warum nicht? Ich habe meine eigene dabei. In die Runde ohne Sniper. da rausgekommen. Ah, hier im Haus. Cool. Ich habe nur einen Gegner davon gehört. Ich hole mir jetzt die Lodi-Kiste am Kontrollen. Ach, gute Lappen. Ich habe mich bestellen, äh. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Die pushen, die pushen. Ich drück mir. Na ja. Ah. Okay, die waren zu schnell. Ja, die pushen ins Haus zu dritt. Ganz gut. Wie ein Pelle-Kettchen. Komm jetzt hoch. Ich habe das auch, Leute, getroffen. Ein Kerlen-Kettchen. Das verstehst du wieder, ja? Das verstehst du, ja? Aha. So, so. Da kommen wieder Bilder, gell? Ja, ja. Schlimme Bilder. Nein, Mann. Komm. Er jumped direkt über die Mauer, ja. Edi, kommt. Komm, Mann. Ich habe Vorräte im Ding. Ich probiere es einfach. Ich mach zumal sterbe. Das habe ich wieder eine richtige Sniper mit. Wir haben hier drei auf dem Dach. Scheiß Esmin, äh. Auf dem Dach? Easy. Ich hab gleich die View drauf. Schreck dich schnell, ich bin da. Achtung, Heli explodiert. Easy. Von oben an der Mauer bei euch. Das sehe ich von hier nicht. Ich bin nicht da im Dreck. Wir sind alle. Jaja, ich geh von Prison Shots. Beim Unterstützen kriege ich Schatz, ey. Fack. Ich schreien. Ich bin nicht da. Ein Schot. Ja, ich hab nur gericht. No way. Einer kommt noch. Ich bin für dich da. Zwei. Zwei. Eins. Keine Platten. Ah, das war eine Loli-Kiste. Das war eine Loli-Kiste. Du hast die Platten? Nein. Ich hab ihn. Hab ihn. Fack. 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 Schau mal her, die haben noch einer. Ich hab alles gut. Ich hab auch noch welche. Ich guck sie ruhig. Er ist ein Gegner, ne? Ah, jetzt ist es über mir. Mhm. Nicht nur über uns, sondern überall. Hier. There's one hits. Er ist ein Wichsen. Er hat doch Kampf gestrickt drin. Warum hab ich denn gar nichts mehr gesehen, ey? Genau. Umglaublich. Unhabe. Na gar nicht, scheiße. Ja. cells. Kommt noch rein. Breath in peace. Du hast den Gehen und Wäbel. Ich hab auch gehalten. der kochlöffel er zuckt bitte noch die bieße an ich auch manchmal oder spiele auch noch gerne auf oldschool zeiten ja und er kämpft in der ecke mit der bison mit der ots auch wieder ich habe solche spiele monzen manuel wie geht es dir danke thorsten genau versteckt er sich was ein mädchen bei mir war ja ein raum weiter vielleicht ist ein raum weiter das ist ein kollege keine ahnung ne ne einer war auf dem dach einer war uns in den heller und einer da ich bin noch da das ist ja gut und selbst bestens braun bestens bis mir geht es halt bestens ach nicht schlimm mal nicht schlimm dann Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nö, wir haben zwei Akkons, Manu. Wir haben zwei Akkons. 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 über mir steppt er mann ist ja los genug da ist der stock der hat an erzählen der bereich schätze Ich muss nicht mehr raus. Eingekettet. Eine Sekunde. Klappenboot. Es liegt alles an dir, bis deine Kameraden zurück sind. Kannst du den Audi wählen? Geh safe zum Audi. Die anderen Zweig noch mal auf. Noch einer. Alter. Kannst du laufen? Einer kehren von links ab. Ja. Jetzt noch eine Bewinnung. Habe ich ihn hoch. Nice. Ich wäre hier aber auch gehandelt gerade von denen. Dann kam ein anderes Team dazu. Ein bisschen hätte er nicht gehabt. Da liegt eine Gasmaske. Hier, falls du das brauchst. Ich habe eine. Ja komm, die wissen direkt, dass ich rausgucke, man. Ja. Arsch doch jemand anderes. Welcher Richtung kommen die denn? Direkt von dem Ping, wo ich gemacht habe. Ja, jetzt snappert er mich auch. Ich rücke vor. Und hinter mir das Auge ist nah. Die andere, die Fisse. Noch einer. Nice. Rechts an der Tür. Der andere Spawnshot hier. Ah, bei mir hinter mir direkt. Fuck. Habe ich kalte Bulli mehr? Habe ich kalte Bulli mehr? Schade. Diese scheiß Brandmulli, man. Hm. Ich habe auch Brandmulli. Die letzte Sekunde der Brandmulli haut mich immer weg. Ja, eben auch. Genau, gleich zur Direktion. Außer ich habe sie. Dann überlebt er immer mit einer HP. Das geht nicht nur dir so. Das ist bei mir auch. Das ist mal ganz komisch. Schon irgendwie fällt dich die... ... ... ... ... ... ... ... ... Was da was ist? Finger hat auch kein NRG Genug geübt, jetzt beginnt der richtige Kampf. Anwesend, immer anwesend. Nächste Woche stürmt es uns, ein richtig schäbiges Wetter. Ich puste jetzt auf Kontroll, die schießen ja jetzt schon auf uns. Unten Eingang, Eingang einer noch, einer nach vorne, hier ist der Genugte, ach raus dem Fenster, der dritte. Danke für die 50 Sterne Ehre, Mann. Nice. Ganz schön Waffen dafür, ne? Ach Gott. Einer in ihm läuft durch. Ich dachte es jetzt. Kein gefinisht. Da ist ein gefinisht. Nur einer kommt aus der Luft. Oh Gott. Ey, hör auf mich von der Hände zu schütten, Alter. Die war auch echt. Die ist nochmal ein Self. Easy. Sehr schön. Hab ich. Geh mir mal Kohle, ich kauf Lodi. Ich schmeiß es aufs Dach. Ja, easy, easy. Geh mir mal. Geh mir mal eine Muni-Kiste. Oh, ohne Gefahren. Holy shit. Ich habe ich gequickscraped. Der hat schon boll. Ja, der hat meine Guns. Wir sind ganz drüben wieder hier. Alter, ist hier vorne. Starten wir? Nice. Ja, starten wir. Starten wir gleich ein. Wir haben einen feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Das Gas weichert sich auf. Der hat einen Luftballon, der kennt den Bounty spüren. Oh, hier fliegen gerade welche. Ja, hier oben läuft einer. Bounty ist auch auf dem Dach, wo unser Lodi ist. Echt? Hier oben liegt einer genug. Oder nicht, im Tromhaus. Noch einer genug. Im Tromhaus. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Also den, wo er im ersten Stock war. Achso, den. Ist er mir? Tag, was ein Hundesohn. Ich habe mich nicht gehört. Nein, come on, du scheiß Drecks Schimmler, Mann. Ich bin gleich entspannter. Auf Dings. Auf Prison. Drei Snipes. Ach, Gott. Oh. Ich habe auch den Kopf. Ach, Gott. Ich habe ihn bei 3 Karschern. In der Flatschern geschehen, ich weiß nicht. Über 3 Karschern. Kurz auf Mama warten. Ein Joint hier. Da ist sie. So. Dann suche ich Vira und gehen wir noch mal rauchen. Ganz entspannt. Aua, aua. Stress mich nicht, ey. Morgen. Hallo. Morgen, Kinder. Will's los geben? Boah, da renne ich zur Xbox und erst mal fällt mir der scheiß Controller auf den Fuß, ey. Mann. Mann. Das war's für heute. 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 Ich bin automatisch auch draußen. Ich bin automatisch. Ich bin automatisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schreibe mir auch wieder keine Gruppen an. Sehr geil. Ja. jetzt macht immer noch weiter ich bin doch mal einer typ auf strikt auf einmal guck ich noch mal alle ich in kurz später darüber probiere ich eben noch mal moin kurz bin erst mal frühstücken bis später so was machst du ich musste neu starten und mein typ war auf einmal strikt ich gehe jetzt wenn ich muss ja ein treiber aktivieren und deaktivieren kannst du nicht kannst du nur von xbox kannst du auch nicht von xbox kannst du nur für ps4 auf ps5 und xbox 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 series wechseln leider oh jazzy moin lena moin moin ja müsste komplett neu kaufen ja es ist besser jetzt müsstet ihr ganz normal beitreten können oder aber es ist drin ist mal kurz deine mp5 zeigen ich habe keine mp5 ich habe als sekundärwaffe hier eine mp5 drin da ist gar nichts festgelegt nichts eben die aufsitzte sagen die du draufpacken kannst aber es ist die mw waffe steht im veto gewann bei mp5 ja genau ist die mw waffe moment schalldämpfer monolith vorne bei schnalldämpfer warte wo ist denn schalldämpfer ganz vorne links bei mündung ja habe ich lauf den ersten also der der drin war taktischer laser visier visier gar keins schafft klappbar und dann noch magazin und nur noch magazin 45 du kannst ja nur fünf sachen draufpacken ja ich bin ich denn nächste woche ran halten wir sind zu viert nach ich sehe nur drei jetzt sehe ich den vierten ich bin auch da ich auch ja ich bin der jan ich bin auch dabei ich bin auch dabei hört sich total gequält an wer steht denn mit ich ziehe ja mit der mp-spielung normalerweise nicht deswegen brauche ich doch keinen unterlauf den spiel ich spiele immer so ich habe wieder paketverlust spiel mal die runde kurz ohne mich und lass mal einzeln kurz ich kann nicht dauerhaft paketverlust haben mach kurz eine runde ohne mich wenn ich schon beta auswählen kann man nicht irgendwas muss doch offen sein was im internet ist ne gar nix und ich mag den integrierten schallämpfer nicht weiß nicht die light lauf bockt schon am meisten finde ich wenn die klingeln svenny was gehört zu finanzamt die haben noch was entdeckt auf den sonntag na dann wollen wir mal ja ja das wusste ich ich glaube nicht jede runde paketverlust haben dann kann hier irgendwas nicht stimmen wo brauchen die denn alles hier ich mach selber ich mach selber immer macht es sich selber tot schwein lassen doch wenn es ihnen gefällt das gibt nicht das oh man kommt er ich weiß es wird was denn ja klar komme ich wieder zurück wenn ihr fertig seid ich habe ich einfach einladen ja fertig dann mache ich die party verlassen jetzt oder ihr könnt mich einfach einladen jungs ach so einfach rein und dann mal gucken ob es läuft jetzt fehlt uns nur noch vielleicht nicht als auch ich aber ja mann ging nix mit party verlassen ging nicht es verschwinden alle alten täglichen herausforderungen aber warum dann gehe ich mal schon deine ohren wir machen es spannend 1517 siegen wie viele stehen bei mir und wir alle mit dir zusammen also 142 mit einer kd von 0,00 unterirdisch lukob 1 2 bisschen besser als nicht verstehe kann ich immer was nehm ich müsste eine 10 akade haben wenn er trifft wenn er wieder da ist dann höre ich aufzusnipen dann schiegt er mir noch die show aber warte mal irgendwas hier das geile bei dem ist ja so wie bei mir ich kann überall stehen und werde nicht gekillt und er steht überall zehn minuten und wird nicht als camper beschimpft also so meine lieben ich werde mich mal ein bisschen im haushalt ja auch was mach das mal der geht weg und die ist gegangen der alte mann ja er will sich im haushalt kümmern das heißt für mich barbara wasser voll lassen und kommt gegen willi er legt sich jetzt auf die couch er legt sich auf die couch das könnte aussehen ich gehe das haushalt machen zack liegt er auf der couch und schnall vorbei ne kann er nicht der hat den klinik der sagt dem kleinen jetzt ist mittagsschlaf ach so hallo hat der sohnemann dann macht er vielleicht doch noch essen oder so oder was geht er dann hin Quatsch eine lieferante bestellung kann ich auch ausfüllen ich glaube so langsam wissen wir alle wer was ist ne ich will hier nicht landen ich will hier nicht landen da ist schon einer auf dem dach ich will hier nicht hin nein alter lauf ne dr auf hoch mein gegner wollen wir ein bisschen spaß haben das klang nicht wirklich nach spaß jan was so gegeben das ist schon standard das ist definitiv einer in diesem scheißhaus drin ich muss auch mal ein grün der ist immer noch ich hab denn das haus eigentlich markiert irgendwie weg zu rennen ich muss erst mal rennen und ich ja moin mich ja moin mich ja perfekt wie gerade aus von mir moin mich ja ich runde den einer kommt noch es kommt wieder einer runter ja auch ein schiff ist auch einer über ja die web headquarters nur die headcourt ist auch dann lebt immer noch warum er hat er er ist auf der treppe da ist noch einer hier vor uns warum verzieht diese waffe denn so kein mumi leer jetzt muss ich aber in diese richtung laufen Total geil. Probier den Loadout. Okay, ich probier den Loadout nicht. Bin unterwegs. Nein, Mann. Der einer war tot und der andere hat mich. Nein. Ich muss noch mal reinkommen, F. Danke, Peter. Danke, Michael. Danke, Michael. Eigentlich haben die Sniper jetzt wieder gesessen. Ja, der rausgeflogen? Ah, ich bin rausgeflogen. Du bist rausgeflogen. Weil. Bock doch. Ich mach' den anderen Zigaretten. Ich mach' den Roux. Ich mach' den이식ert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich gebe Baden davor, wir zudem das Eltern fahren. Um dich aufzuwärmen, nachdem du tausendmal draußen warst. Ja. Um dich mal sauber zu machen. Damit die dich nicht schon eine Stunde vorher riechen, oder was? Ja, schon etwa. Weißt du, warum wir noch keinen Win haben? Ich habe heute schon einen Win. Ich habe meinen Tages-Soll erfüllt. Ja. Nee. Oh. Für die Woche 51 Wins reicht. Der Tages-Soll liegt doch nicht bei einem Win. So, wir haben jetzt 51 diese Woche. Alles komplett erfüllt. Lena schreibt gerade, ihr müsst um 14.30 Uhr los. So, ist doch perfekt. Nicht der Vorbahn. Ich habe noch welche vom Becker hier. Ich habe noch welche vom Becker hier. Glück gehabt. Wo versuche ich es überhaupt? Ich habe einmal irgend so einen Elmwirk, der mich anschießt. Was hast du denn noch mitgebracht? Was hast du denn noch mitgebracht? Nicht schlimm. Gut. Gut. Einer hier vorne noch, der revives sich. Ja. Einer droppt hier auf dem Dach. Nein. Oh Mann. Nein. Neben mir ist einer. Ach Gott, ey. Was ist denn hier los? Start. Nice. Alter, die sind aber überall gerade hier. Hm. Hechtige Schützerrunde. Ja. Noch einer Schützerrunde. Das ist echt der Wurmkrim, ne? Ich lade euch mal ein. Ach. Ja, erzähl ich mir mal einladen. Hätte ich lade euch mal ein. Ist einfach. Ich lade euch hier jede Runde rausfliege. Ich habe Ladung mal gewonnen. nur eins habe ich eingeladen das ist echt was macht ihr denn wenn wir mal in timbuktu oder so landen bei der festung oder irgendwo anders keine ahnung schon gelernt und ist alt und hast gelernt als stehen geblieben hat dann immer mehr alt habe ich überhört ja jeden tag zu früh das kenn ich damit der zeit in der herren kannst genau was ist das denn für die mit uns Jan, was möchte mir deine Werbung sagen? Kanestin extra gegen Nagelpilz. Bei wem soll ich denn im Blumen? Ich google noch nicht mehr mit dem Handy, ich google jetzt immer mit allen anderen Sachen, aber nicht mehr mit dem Handy, weil hier mal irgendein Scheiß auftaucht. Du warst ja auch diejenige mit der Brustvergrößerung, oder? Ne, das war ich nicht, das war Thomas. Und mit dem, was hat der noch, Abführmittel, hatte Thomas auch. Ne, das hat immer die passende Werbung, du hast halt. Die Runde mach ich noch, da mach ich auch, das schluss. Franky, das hast du, ne? Du musst dich ums Essen kümmern. Easy. Das macht mein Mann heute auch. Ne, das war mal auch. Boah, wir haben Franky schon den Megatipp gegeben, ne? Lieferheld und so. Guck dir das von Svenny ab, der ist auch alt. Nein, nein, wer das? Bei uns, Alter. Nicht du, nicht du. Nicht du, nicht du. Nicht du, der andere Svenny. Im Zelt ist schon einer. Ach so. Hat sich verhauen. Freckuck. Achgetenwerfer. Was erzählt mir? Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Alter, warum geht das nicht? Ach ey. Nicht euer Ernst. Oh, oh, oh. Ja. Können wir vielleicht gegensammel waren, dass wir landen? Ja, Prison. wenn man die möglichkeit der andere spaß die auch gerade diese vulgären ausdrücke hier oder über ein bestimmtes kind das muss jetzt mal ehrlich ist wirklich so mutter und sohnemann direkt mal voll in den nacken schlagen ja kann ich nicht das bisschen zu weit weg beim nächsten mal schmeißt die flugpeitsche wir pflegen eine freundschaftliche beziehung das ist wichtig ich bin meiner mutter auch so sieht es aus also halt 842 ja ja er schießt ja noch ein paar jahre ich kann nicht mehr landen und staub zersetzt frank du darfst ihm solche vorlagen nicht geben nein darfst du einfach nicht wird einfach nicht besser so lange er sich vernünftig artikulieren kann ist alles gut wallaharam ey ich hab eine in der klasse wallah was geht wir gucken uns ja alles von der türkischen sprache ab deswegen sagen ja so viele wallah ich geh gleich am stock ja vor arbeit muss ich auch so gehen sonst verstehe ich mich echt nicht ne ich muss mich den da schon anpassen bleibt nicht da gelandet wo ich lande ne ach so wir sind nach pulsen gegangen ja du bist ein äh kleiner hund äh hab er doch gesagt wuff wuff nein festdonk haben wir gesagt das habe ich schon wieder vergessen gehabt ich glaube ich sollte mitkommen mit opa in seinen termin ein feindliches team ist mir auf der spur ja ja ich glaube also wenn ihr sterbt stoppt ihr eh automatisch hier will aber gar nicht sterben ja nicht du ich meine die anderen ach verdammt mein plan war eigentlich irgendwelche leute boah ich rieche frische brötchen hier geht mir einer ab und ich werde angeschossen von irgendwo ja von rechts einer ist auf dem dach irgendein klein ein kleiner flach wichser schildet ohne ich seh dich ich seh dich ich seh dich zack du bist mein helfender elf zack ich weiß nicht wo du den gesehen hast ich hab ihn geholt ich hab ihn geholt irgendwo noch ne pisse ich höre dich i hear you so haben wir uns alle zusammen ja nicht gut ja wir können das nicht weiter holen es ist doch alle mal geschafft dahin zu kommen zack wir mussten nur einmal sterben um es zu begreifen hast du genug kohle? ne ich hab mein Geld dahin gelegt hast du genug kohle? hat er ja hat er hat er was ist der geier oder was ist er nicht so guck mal ich hab ne muniches gewett auf zum minthaus ich hab ne muniches gewett auch jemand ich jetzt nicht unbedingt er hat doch gesagt beginnt das habe ich jetzt das kommt auch das alter das hoch ich konnte den aus der luft nicht abschneiden alle raus über die fenster ich laufe kurz den turm hoch da ist gerade einer gelandet gerade wieder auch nicht jetzt schon wieder so ein franzose auch noch ich falle am lootout vorbei ja wenigstens fällt es dann noch ja von der effektivität die auch und schießen die schießen sollen die nicht mal abwürgen echt ziemlich weh jetzt hier ist der erster noch hier sind drei aufträge hier liegen vier aufträge vor mir ja da ist einer wieder ein meter zu hochgesprungen oder so keine ahnung ah ich hab nen kill bekommen nice weiß der die gestärken raketenwerfer in der ecke stehen und unauffällig sein achso drei aufträge vor mir ist gesehen was denn hier los in dem flur und immer mehr feinde der ecke stehen einfach gut aussehen wenn das mal gut aussehen wäre also kai stand auch immer so lange bis das ist der charakter man musste ich hab einen kill ich glaub's ja gar nicht hier ist irgendwo einer oh der hat mich oh ne der hat mich leider der hat gar nicht von unten geschossen da hat Dachkante gestanden so ranki wollte ja raus jetzt 12 ist ehrens für die aufträge nicht dafür und vielleicht sieht man sich später wünsche euch einen schönen Tag bestätigt sie auch bis dann tschö 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 ich war die ganze zeit auf mute fällt mir mal auf tschüss frank einen schönen sonntag ja ich muss franke noch das jetzt auf frank bank bank siten oh mann nicht einfach das spiel beenden leute kostet mich immer eine minute wartezeit danke auch ihm ich will eine minute warten bis ich starten kann was hältst du mal von br wenn Mama dabei ist spiel ich kein br was denkst du warum ich der bush mein bin super dass sie mich nicht so direkt sehen jann hat da wahrscheinlich 60 kills und ich hab da null ne 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 60 kiss der killer werden so locker 20 fehlen noch sechs bis 100 fehlen noch acht bis 850 hab leider nicht so viel zelt zum zocken wie du ja auch nicht die gelegenheit spieler ich bin auch nur gelegenheit zucker erkennst du die wohnung bald nicht wieder dann haben wir nie wieder kleine löffel nie wieder wenn ich bin gelegenheit spieler ich bin ich so bei jeglicher gelegenheit ist das sehr agil schade ich glaube wenn der jan eine konsole auf arbeit hätte wird er auf arbeit auch spielen bei dem internet da glaube ich keine möglichkeit das ganze system läuft über 5g bleibt nicht viel anfangen für die mitarbeiter übrig mit ihren handys leider den kann ich auch selten berliner film gucken dann freue ich mich wieder auf grüße nächste woche jetzt ist der 3er 3er ist ja nicht so hart ja selbst mordgefährdet da landet schon der erste schon auf meinem zeltdach und ich hab die die wunde waffe macht die bau einer noch maschine rotes haus am hinter und unten festung ist der ding ein habe ich schildrückt haben nicht gesehen ich hab schon alles gut brauchen wir nur noch unser bautiner der so let's fix mensch ich weiß allein würde ich jetzt auch nehmen jetzt haben wir das bau und das zweite team dann habe ich und die ist vor mir das habe ich voll und mit dem ballon wir müssen irgendwo die kunst der ist schon wieder irgendwo in unserer nähe in der richtung nach kontrolle rausfliegen direkt landet kaputt Ich lass die alle landen, ich hab's gut geholfen. Legt vor mir an der Tür. An der Tür oben, Bro. Von der Kolobor. Ja, er kommt rein und ballert einfach um dich rum. Ja, komm. Von oben snipen die auch noch von Prison. Die kommt rein, ne? Du musst überleben. Ja. Dann wieder auf Kontrollen vorriss. Ja, ich spiel auch meine Gans wieder. Oh, da gehen ganz viele rein gerade, ne? Ich komm hier nicht hoch, ey. Ja, ich komm hier nicht weg. In der Mauer. Mir egal, hauptsache der Luftschlag ist raus. Come on. Dann landen wir einfach bei Festung und fertig. Ich mach mir schnell ein Brüche. Ja, ja, so wie du gerade bei Festung gelandet bist. Ja, genau so. werden wir wieder ein Brüche oder zwei? Ja, das war ganz toll. Ja, genau so. Ich komm hier schon mal vor, Ja, genau so. Ja, genau so. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.